Ich bin in East London aufgewachsen. Da fing alles an. Jetzt bin ich zurück. Das Team der Westwood Boys liegt am Boden. Wir verlieren nur noch. 8 zu 0, 9 zu 0. Furchtbar. Wenn sich nichts ändert, steigen wir ab. Oh, warte! Alles klar, Jungs? Was wisst ihr über mich? Hast Elfmeter verschossen. Hab manchmal nicht getroffen, ja. Was ihr dagegen nicht wisst, ich hab in eurer Liga angefangen. War wie ihr. Ich wurde damals immer als Letzter gewählt. Weil ich der Kleinste war. Wie schaffen wir es, dass Sie Erfolg haben? Eine Minute. Jeder von euch hat seine Rolle zu spielen. Jeder. Das Spiel ist nicht vorbei. Es geht darum, wie man Schwierigkeiten meistert. Und wie ihr euch entwickelt. Auch außerhalb vom Platz. Weißt du, wie stark das ist? Ich will die Kids inspirieren. Und los! Sie motivieren. Damit sie gewinnen. Als Team. Als Gemeinschaft. Danke für den Tipp. Gerne. Ein toller Junge. Verliert nie eure Leidenschaft. Im Wort unmöglich steckt auch möglich. So toll kann Fußball sein. Ich will gewinnen. Kick it like Beckham! Macht es sich irgendwo hinterher. Komm herin! 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 Untertitelung des ZDF, 2020